Ahoi, Wellenreiter! Willkommen in der Fortilla! Schalte hier Herausforderungen frei und kauf den Battle Pass, mit dem du diese unsinkbare Drifter-Crew rekrutieren kannst. Dieser blinde Passagier ist kit! Oh, sie werden so schnell groß! Ich habe Aquaman eingeladen. Er sagte ja, ich bat ihn ein Oberteil anzuziehen. Er sagte nein. Und dann wäre da noch Jules, eine exzellente Ingenieure mit unfassbaren Erfindungen. Erkunde die Fortilla, um die gesamte Crew kennenzulernen. Sieh dir auch den Designschirm an. Mit dem Battle Pass kannst du dir deinen ganz eigenen bauen. Am Ende der Saison wird er ganz nach deinem Geschmack sein. Während deines Abenteuers wird es neue Gebiete zum Erkunden, neue Fortbewegungsmöglichkeiten und coole Überraschungen geben. Also aufgepasst! Also hol dir den Battle Pass und schalte dein Drifter-Team frei. Fang mit dem Design deines eigenen Schirms an, verdiene 1500 V-Bucks und noch viel mehr! Worauf wartest du da noch? Tauche ein!